Come to Cut – Styling und Frisuren jenseits der Norm. In dem Wiener Friseurstudio sind unter der Leitung von Tanja vier Profis im Einsatz, um Ihnen zu zeigen, wie viel Kreativität und Kraft in Ihrem Haar bzw. Typ stecken. Bei einem ausführlichen Beratungsgespräch werden Ihnen verschiedene Styling-Vorschläge gemacht. Die Ausführung, die dem durch Fachwissen und Ideenreichtum bestechenden Timo blickt, führt zu Ergebnissen jenseits der Norm. Neben modischem Styling kommt natürlich auch die Haarpflege nicht zu kurz. Pflegeprodukte von Vela werden hierfür eingesetzt. So modisch die Schnitte bzw. Haarkreationen sind, so stylisch präsentiert sich das Innere des Salons. Zeitgemäßes Design unterstützt den kreativen Schaffensprozess und lässt jenes Wellnessgefühl aufkommen, das man sich von seinem Friseurbesuch erwartet. Und sollte es Ihnen aus beruflichen Gründen nicht möglich sein, während der Geschäftszeiten vorbeizuschauen, kommt Ihnen das Team gerne terminlich entgegen. Weitere Infos gibt es unter www.come2cut.at